Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 Survival-Modus. Wir werden uns heute... Sind wir nicht im Kampf? Sind wir nicht im Kampf? Ähm, Kampf? Moment. Oh, was schießt ihr denn? Ich will mitmachen. Ach, Zombie. Ah. Äh, ne? Moment. Waffen. Was hab ich denn für blöde Waffen dabei? Nein. Äh, ja. Ja, Level Up. Sehr schön. Stirbst du jetzt? Nein. Wer? Ja. Auf den Kopf. Zündungenteil. Gut. Wer da? Eieieiei, hier ist ja wieder was los. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Ja. Was guckst du denn so? Hast du noch nie jemanden hart arbeiten sehen? Äh... Was? Ich hab nix getan, nix gesagt. So, wir gehen jetzt erstmal plündern. Ja, wir gehen heute nach Playboy zurück. Das ist auch mein Plan. Die hier aufgetaucht sind. Kronkocken. 40er... Aber... Müssen wir hier noch einen Schutz hinbauen, dass das noch besser abgesichert ist. Sieht fast danach aus. Und weiter geht's. Wenigstens haben die Loot dabei. Der steht da rum. Wo ist denn der eine? Der hängt hier. Der hat doch nix dabei. Okay. Ja, jetzt bin ich überfragt. hoch. Es ist noch nicht besetzt, oder? Wie viele Tote? Ich guck mal eben. Oh, zwei Tote. Okay. Wir laden den Müll ab. Trinken in Ruhe was. Update gehabt. Äh... Und dann... Oh... Der Bette steht da um die Ecke. Dann... Oh... ...Trabberry. Dicken für Melonen. Die Dinger zu schleppen ist harte Arbeit. Okay. Trinken wir mal an, dass es uns wieder gut geht. Wir wissen was. Schön hier, ne? Solange ihr da nicht reinspringt und meint ihr müsst duschen und baden. Ja, sieht gut aus. Ist okay. Ja. Ähm... Essen kochen. Gehen wir her. Stillen. Was haben wir denn noch Schönes zu braten? Nein. Okay. Doch so viel. Okay. Wir können nichts mehr verlassen. Dann essen wir eine Kleinigkeit. Machen wir uns dann auf den Weg. Jet God. Und... Ich muss ein bisschen... Ich muss ein bisschen... Erstmal... Gesammelschrott. Ein paar Sachen hier loswerden. Entleeren. Den brauche ich auch nicht mehr im Moment. Den brauche ich auch nicht mehr im Moment. Hätte ich ja gerne in Sanctuary gelassen. Egal. Ach, weg damit. Schütteln. Gausgewehr. Nicht damit. Weg. Habe ich noch nur 10 Millimeter? Kampfflinte. Ach, weiß ich gar nicht. Kampfflinte. Ist gut. Okay. Die macht mehr Schaden. Weg. Muss ich nur dran denken, dass ich hier was habe. Okay. Dann... Ich brauche nicht so viel. Ja, ich war gerade, wo ich das hier gesehen habe. Den Katzen und Hunden und so. Hier noch. Hinholen. Ah, ah. Ah, ah. Ich habe hier noch einen Blick. Oh, Zophilredix. Der Baum auch nicht. Der Baum nicht. Der Baum nicht. Wohlfleisch. Zuckerbomben weg. Weg. Baum auch nicht. Auch nicht. Dem Baum nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Okay, ich bin leicht. Aber ich weiß nicht mehr, wie es mit... Hey, hier drüben. Was hast du noch so? Das kannst du behalten. Kannst du mir gehen. Ich auch. Und du? Hey. Kaliber 50 brauche die. So weit? Sonst nix? Nee, schon gut. So weit. Ja. Warten wir mal. Das wichtig ist nix. Ich war mal überlegen, ob wir hier noch munt, Katz und Maus hinmachen. Aber das kann ich ja ein anderes Mal hinmachen. Jetzt geht es nämlich erstmal zurück. Erstmal Level ab. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? So, jetzt muss ich nicht mehr Schaden. So. Ähm. Ja, das können wir machen. So mal mit Place. Dann mal los. Hallo? Wer zu Hause? Ich würde hundert Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Aha. Ah, Hundevorteil in der Dosen. Für die Hunde. Und das Weichschalen, ähm, Zeugs, Violux, auch mal für die Katzen. Okay, sonst ist es nix. Nein. So. Dann laufen wir los. Wer fällt ein? Und wir könnten uns mal heilen, sehe ich gerade. Ach, das hilft ja gar nicht mehr. Man muss ja uns dem. Du bist ausgetrocknet. Wir haben doch nur eine Schale. Ja. 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 Wo ist das denn? Ich, sorry. Ich muss mal jemand auf der Karte gucken. Oh, ganz oben. Oh. So weit. Das ist wirklich weit. Oh, ach. Ja, okay. So gucken, wo wir schlafen können. Oh. 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 Ich habe etwas gehört. Wo sind die denn am Rumballern? Wo ist überhaupt mein Hund? Wo ist MacReady? Wo sind die alle überhaupt? Hä? Verdammt. Gerade fing es an mir Spaß zu machen. Okay. MacReady, MacReady. MacReady. Some are here. Okay. Hm. Ah. Da bist du MacReady. Ah, entdeckt Sunshine Tiling Score. Okay. Hatten wir das noch nicht? Dann machen wir das doch sauber. Wenn wir schon mal da sind. Worauf zum Teufel schießt du denn bitte? Auch ein paar Kakerlaken. Eine Rettkakerlake. Und hier war... Groovy abgefahren. Oh Mann, Groovy. Groovy. Not damn hippies. This guy. Hey, heads up. I wouldn't fuck with that Mr. Henny if I wear you. Was? Blabla. Okay. Abgefahren. Ja. Manni. Eintreffer. Bin durch. Oh, sowas. Wir haben endlich einen Sklaven der Spießer für unsere Freiheitsfarm Kooperative rausgeholt. Ein Mr. Henny aus den Vororten. Die Blechbüchse ist ausgeflippt und hat versucht zu seinen Sklavenbesitzern zurückzukehren. Sie hat uns fast die Bullen auf den Hals geschickt. Also hat Johnny an diesem Mr. Henny herumgedoktert und seine Motivationsprotokolle auf Einfachsein umgestellt. Jetzt nennen wir ihn Professor Goodfields, der die Welt so nimmt, wie sie ist und niemand etwas schuldet. Vorsicht mit seinen anderen Protokollen. Diese Blechbüchse sind ganz schön unheimlich, wenn sie mal durchdrehen. Check. Äh, Einheit. A-Protokoll wählen. Guard. Auslöschen. Bin durch. Okay. Äh. Auslöschen. 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 Geht ihr mal. Ja, Junge. Dann geh du auch mal auslöschen. Hab ich das geschafft. Ich erledige das schnell. Das ist eine Zeitverschwendung. Okay. Ähm, ja. Darf ich auch rein? Danke. Oh, komm. Ja. Alles mit. Oh. Ich wollte dich nicht mehr gut ausziehen. Aber okay. Okay. Dann, Ödland Überlebensführer. Ausgezeichnet. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ich nehme alles mit. Ich mache mal eben hier. Den hier. Speichern wir mal. Gut, weiter geht's. Löschen wir sie alle aus. Du bist tot? Okay. Oh, nun, du musst achten lassen. Sanna. Und du musst mich schon durchlassen. Danke. 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 Sehr schön. Ja. Tagsüber werden wir unsere Ziele definitiv einfacher sehen können. Ich pack mal alle Schrott mit ein. Angetrieben Raider ist ein linkes Bein. Stimmt. Gut. Gut. Das Haus haben wir. Schläft da jemand drinnen? Hallo? Ihr wisst ja, was wir dann als nächstes zu tun haben hier. Ja. Raus hier. Er wollte, hat's aber nicht mehr geschafft. So. Damit. Das Akrobaten sind bist du ein Gerichtes. Aber er zählt den Fallschein um 50 Prozent. Ah, wer ist denn? klar, eleganter Hut. Wir nehmen erstmal alles. Gut. Da war ein bisschen weit hier. Da. ist tot. Okay. Hier waren wir schon. Okay. Da auch schon. Okay. 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 Da geht's. Waren wir hier drinnen schon noch? Da gibt's ja nix. Das ist ja kaputt. So von der Seite. Bist du tot? Oh. Okay. Dann waren das alle, oder? Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Verlassen erstmal. Und alles wieder rein. Dann bauen wir auf die Schnelle etwas. Schallkreis, Kristalle und so. Toll. Wir können keine Rekruten herholen. Wir können keine Rekruten herholen. und so weiter attackieren. Wir können keine Rekruten herholen. Der wird die Schnelle spürt. Und so weitergehen. Ja hinten geht's. dass ich es so geretil. Ich bin ein Rekruten die Rekruten. Das war ein Rekruten. Ich bin ein Rekruten. Wir müssen mehr earnigend. Ich bin ein Rekruten. Ich bin ein Rekruten. bis jetzt noch etwas spürt. Ich habe ein Rekruten. stahlstoff stahl was war denn noch mal kupfer ich hab schon ich will nicht mehr daran gehen dach was man dafür brauchen stahl stahl plastik stahlschrauben stahl nur stahl das ist ärgerlich hier schaltkreise 2 kristall und kupfer ja das finden wir nicht also können wir den hier diesen auslöschen vielleicht nein können wir nicht wäre zu schön um wahr zu sein okay dann machen wir das halt das nächste mal ich denke ich schaue mich jetzt hier aufs ohr zum speichern und im nächsten part geht es dann weiter ich bedanke mich für's zusehen daumen hoch kommentare tipps und tricks immer würde ich mich sehr drüber freuen und im nächsten part geht es dann weiter bis dahin adios bis dahin